Heute machen wir ein Experiment. Drei Meter Dings wird jetzt aufgelöst. Mal gucken, was funktioniert. Also, auf geht's. Guckt ihr euch das an, Alter! Wow! Es brennt! Was geht denn, meine Freunde? Ich bin hier mit Enisa. Und heute... Aber was bin ich? Du weißt doch gar nicht genau, was wir machen. Heute machen wir ein Experiment. Ein krasses Experiment. Und zwar... Lassen wir erstmal die Neulüe durchkühlen. Moin! Moin! Hi! Ja? Klar, machen wir. Darf ich auch eins machen? Achso, dann entscheide halt selber. Ich bin auch cool. Es ist nicht so, dass... Ich bin auch cool. Sie ist so happy. Ich werde jetzt auch schreien. Es wäre ja traurig, wenn ich uns sehe, Alter. Ich würde mich denken, aber auch nicht die beiden schon wieder. Wenn ich mich selber 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 auf der Straße sehe, ich würde mich denken, oh, der Typ da immer so viel labert von wegen... Jeden Tag nur auf Hübschen ein neues Video Review auf diesem Kanal. Und der jedes Mal sagt, abonniert, falls ihr einen Abonnier-Tast. Wir sind schon 3,8 Millionen. Wie neffig wäre das denn? Also hier draufklicken, abonnieren. Nicht vergessen jeden Tag ein Video. Und ähm... Wie gesagt, ich war auch immer cool. Und Leute wollen mich auch immer umarmen. Und hab jetzt stark geblieben. So. Back to the experiment. Was wir heute machen werden, ist... Enissa, wir haben hier... Jetzt kommt nämlich der Chemie-Simon raus. Der Chemie-Simon... Warte mal, warte mal. Das war so nett. Leute, ich will weinen jetzt. Warum? Also sie hat so viel geweint. Ich verstehe nie was. Aber warum weinen? Das ist doch cool. Aber das war so süß. Süß wie Aceton. Denn hier haben wir... Hier haben wir Aceton. Das ist eigentlich für ein Nagelack-Empferner. Aber weißt du, was das Interessante ist? Immer, wenn ich brauche Aceton, habe ich das nicht nach Hause. Und wenn ich nicht brauche Aceton, dann kommt er mit so viel. Okay? Aber wo warst du letzte Woche? Als ob ich einfach zu Hause so ein Nagelack-Empferner mit einem Liter. Ja, ja, komm. Hier, also. Aceton-Reinigungs- und Entfettungsmittel. Ja, einfach so. Aceton. Langrede, kurzer Sinn. Langrede, kurzer Sinn. Das entfernen. Und wir haben hier, halt das kurz. Entfernen Seine. Oh... Styropor. Und für die Leute, die aufgepasst haben... Styropor. Styropor. Für die Leute, die aufgepasst haben in der Schule. Äh... Styropor. Und Aceton. Styropor. Styropor, Mann. Was für Styropor? Oh mein Gott. Deutschland Styropor. Ja? Also Styropor mit Aceton. Nicht gut. Ja? Achso, du magst den Saug nicht aus? Hehehehe. Hehehehe. Und ich würde euch mal direkt zeigen, wie das aussehen wird. Gib mal dieses Aceton. Guck mal hier. Der Wind ist natürlich jetzt richtig geil am Starten. Nur damit ihr einmal kurz versteht, was passieren wird. Wir packen Aceton hier rein. Ich kann das machen. Warte, 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 warte. Ich will das machen. Nicht, dass du spritzt. Du musst aufpassen. Du spritzt. Okay, halt. Mach ein bisschen rein. Wir werden jetzt natürlich alles noch weg machen, Leute. Bevor ihr hier rumgeheulen wird. Von wegen... So. Oh, das stinkt halt da. Hier haben wir Styropor und ihr müsst es sehen. Ihr seht schon, wir haben ganz viel Styropor. Also macht euch was gefasst gleich. Aber lasst euch das zeigen. Komm mal näher. Mach mal weg ganz kurz. Nicht, dass ich angespritzt werde. Nur damit ihr seht, was passiert mit Styropor in Aceton. Oh mein Gott. Es verschwindet einfach. Oh mein Gott, das ist so krank. Wissen Sie, wie sie es auflöst direkt? Ich will jetzt mit meinen Fingern nicht machen. Und das war es mit dem Styropor. Er ist jetzt nur noch Mini-Schaum. Oh mein Gott. Und seht ihr, ist einfach Harry Potter-like verschwunden. So. Das bedeutet, wir werden jetzt viel mehr Aceton hier reinmachen. Wir werden diese kompletten... Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Gummo. Wie was? Die Kotteln. Ja, ja. Das ist jetzt ganz mini-klein. Es wird immer kleiner, kleiner, kleiner. Wir werden diese ganze Styropor-Dinger ranmachen. Oh mein Gott, können die alle das reinmachen? Oh mein Gott. Deswegen. Das ist doch das Experiment. Haben wir Platz genug, denkst du? Ja, klar. Leute, während sie da am Aceton reinigen ist, wollte ich gerade sagen, basteln wir uns mal eine riesen Styropor-Landschaft. Also wir werden... Wir sind fertig. Echt? Okay, das geht schnell. Dann würde ich sagen, wir basteln... Wir machen die zur Hälfte. Wollen wir mal eine Schere hingepackt? Ich sag. So, wir werden das... Ach mein Gott. So, das machen wir mal zur Hälfte. Wenn ich das... Oh! There you go. So, wir werden jetzt nämlich hieraus ein riesen, riesen Styropor-Ding machen. Aber erst dann müssen wir auch ganz kurz helferständlich meine Kraft testen. Einmal halten, bitte. Ja. Tigerkralle. Ascha! Oh mein Gott, du Sack. Lass mich, lass mich, lass mich. Nein, warte. Ich muss das doch einmal kaputt machen. Ich geh, ich geh. Ascha! Okay, mach. Gut, da war mehr Aggression drin. Ich glaub, da gab's mehr... Kann ich das machen? Nein, nein, nein. Wir machen diese Dinger zur Hälfte. So. Aber bitte, bitte. Ich kann das auch machen an dieser Seite. Guck, lass mich. Aber wir brauchen die. Wir brauchen die in dieser Größe. Ja, aber halt einfach so. Und dann mach ich das. Halt einfach so. Okay. Ab beide Seiten die gleiche. Ja. Guck jetzt. Und so. Guck, das ist gut. Ja, könnte besser sein? I can do it. Let me show you one more. Nein, nein. Okay, lass uns die Dinger zusammen machen. Mit diesem Klebe. Ich denke, das ist halt... Ihr lernt hier auch was auf diesem Kanal, weißt du? Ja, Kevin. Deswegen erzählt allen euren Eltern, wie viel ihr hier dazugelernt habt. Wir gehen hier auch in Schule. Wir sind immer aus der Schule bis zur sechsten Klasse. Und ähm... Ihr müsst euch vorstellen, das ist halt Chemie. Also hier habt ihr Kunst, Chemie, Comedy. Die, die nicht lustig ist. Drama, Action. Action. Kriminal. Okay. Kunde-Action. Also alles da. Also nicht vergessen, abonnieren. Versuche nicht auf mir. Tasten. So. Wir sind fertig mit unseren, äh... Oh man, okay. Wie geht's denn? Das ist so Simon-Logik. Wir machen das einfach so. In der Mitte. Einfach, einfach... Oh my god, ey. Und dann pullen wir das. Gut, das war jetzt nicht so schlau von mir. Aber ich würd sagen, ich baller jetzt diese erste Schiropor-Fuche. Wir werden. Langsam rein. Okay, scheiß drauf. Okay, unsere 3-Meter-Dings... Das muss am Anfang rein aufziehen, weißt du? Unser 3-Meter-Dings wird jetzt aufgelöst. Mal gucken, was funktioniert. Also, auf geht's. Schau mal, ob das funktioniert. Oh, genau! Guck, wie sich das auflöst. Oh, das ist krass. Ich kann es einfach rein drücken, guck mal. Oh mein Gott, look! Das ist so fucking dope! Oh, guck mal, wie es verschwindet, Alter! Das komplette Ding einfach. That's crazy. Wow! Oh mein Gott! Guck dir euch das an, Alter! Wow! Einfach mal... Als ob es nie existiert hat. What? Oh mein Gott! Das ist krass. Das ist krass! Guckt euch das... Andy, ihr habt gerade gesehen, wie lange das war, ne? Es ist einfach am verschwinden. Es ist so cool. Es ist so cool. Dann lass uns mal auf dem Boden packen. Lass uns mal auf dem Boden packen, damit ich mehr Druck... Ja. Das ist die Chemie, die ihr schon immer mal sehen wollt, jetzt. Chemie mit den Desus. Hallo, ich will auf... Geh weg, geh weg! Oh mein Gott, das ist so weird! Oh mein Gott, ich mag das. Was ist das? Oh mein Gott! Schau an! Es ist wie ein Whirlpool! Ja, ja. Gib mir, gib mir! Ey, das ist auf jeden Fall heftig. Gib mir das von nahem einmal. Guck mal. Damit man einmal sieht, was passiert. Richtig. Also es lützt einfach komplett auf. Als ob es nie existiert hat. Oh mein Gott! Pass auf deine Hände auf. Gib mir! Nein, hallo! Ich will auch noch mal! Hallo! Hälfte, Hälfte! Boah, richtig wie das... Aufpassen auf dein Finger! Oh, guck! Okay, aufpassen, dann will ich noch mehr machen. Einer, aber auch. Es sieht aus wie Marshmallow. Guckt euch! Wir haben es wahrscheinlich schon alles gezeigt. Das ist ein bisschen mindig, aber... Groß, Klein, Verschwinibus! Oh! Oh! Ah! Es brennt! Ah! So. Und jetzt machen wir ein neues Test. Pass auf, wir werden jetzt... hier rauf packen. Damit hier nichts passiert, haben wir hier eine Schutzfolie, wie ihr sehen könnt. So, pack das mal rauf. So, was passiert nämlich, wenn man jetzt das Aston hier auf diese Dinger rauf packt selber? Ein bisschen. Lass uns das mal abschicken. Aber dann... Wie sieht das aus? Was wird jetzt passieren? Oh mein Gott! Es sieht aus wie meldet Plastik. Oh, guck mal wie es auszieht! Oh, komm von hier – tschüss! Wie ist es richtig so... Wow! Das ist heavy. Oh mein Gott, das ist so cool! Das ist richtig cool! Chemie mit den Desus! Hey, das habt ihr so noch nicht gesehen, Kinder. Das ist so cool. Oh, das sieht aus. Oh, das will man eigentlich seinen Finger reinpacken, ne? Ja. Oh, ich will auch so gerne essen eigentlich gerade. Nice. Check mal von hier. Guck mal, wie nice das aussieht, Leute. Guck mal hier, richtig so. Boah, ich will unbedingt in meinen Finger reinstecken. Oder mein P, äh, was? Ey, unbedingt mein... Oh, Hundi. Unbedingt reinstecken, aber guckt nicht, was hier passiert ist. Ist das jetzt... Was ist hier passiert? Hä, es ist Klebe geworden. What the hell? What? Wie ist... Ich hab keine Ahnung, wieso, aber es ist Klebe geworden. Ja, uff, es stinks. Ja, geil. Dann lass das auf jeden Fall direkt ins Wasser packen alles, damit die Fische alle schön davon essen können. Spaß, Leute. War ein Spaß. War ein Spaß. Nein. Kein Daumen runter, keine Hate-Kommentare. Das machen wir nicht. Wir werden das gleich natürlich richtig entsorgen. Oh, guck mal hier. Der schützt die Milieu. Oh, wow. Oh mein Gott. Ich dachte, wenn du das lässt so trocken in den Herbst, dann bleibt das so. Ja, ja, locker. Oh, shit. Ja, ich würde sagen, Leute, Chemie mit den Dessels. Wir haben heute was gelernt. Arzt den Ton mit Chiropor, wie es aussehen würde. Noch die letzte, noch die letzte. Das letzte noch? Ja. Aber da bitte, das... Echt? Ja. Oh. Was war das? Gib mir, gib mir. Guck, was wir machen, Leute. Guck, was wir machen. Oh, geil. So geil. Ich will das einfach so stören. Hallo, hallo, hallo. Ganz ruhig. Okay, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall Spaß. Das ist ein Gesicht-Feeling. Komm, Simon, lass mich dich fühlen. Nee, nee, passt schon. Kein liches Gesicht. Gesicht-Feeling. Wie wird denn das passiert? Nein, aber... Oh, wie geil. Guck da. Nice. So, Leute. Auf jeden Fall, falls euch das gefallen hat, dann hast du einen dicken Daumen hoch. Dann machen wir sowas nochmal. Ja, noch mehr. Chemie, Chemie. Wie viele Likes, dann machen wir noch mehr Chemie-Tests. Bitte Dessels. Meine Augen brennen. Da hast du 100.000 Likes. Nein, nicht 100.000 Likes. Übertreiben. Ich würde sagen, 50.000 Likes machen wir nochmal ein. 50? 50.000 Likes, Leute. Dann machen wir noch mehr Chemie-Experimente mit euch. Wir hatten sehr viel Spaß. Ja, ich hätte das nicht, aber das so krass wird. Aber es hat Spaß gemacht. Deswegen sehen wir uns bald schon wieder. Euer Jungs, Simon Desu, mit Inissa. Nicht vergessen zu abonnieren. Abonnieren. Haut rein, Leute. Peace.